Ja hier ist wieder euer Papagei. Wollt ihr mit einem kleinen Survival Video wieder, also überleben. Ich habe hier wieder mein Haus, mal ein bisschen das Dach drauf gemacht. Dann habe ich da hinten eine Brücke gebaut. Die ist auch jetzt so eine kleine Brücke fertig, wo man rüber gehen kann. Irgendwann vielleicht noch so ein paar Häuschen, wie man hier so sieht. Dann zeige ich mir mal was Folkeler noch so ein bisschen gemacht hat. Dann sieht man ja, woher diese Karte entworfen ist. Dann sieht man auch unser Dorf. Dann gehen wir mal hier hinten rein. Nein, wir gehen mal nicht auf den Weg. Wir gehen einfach mal hier. Hier sind Melonen, hat er gepflanzt. Dann sind hier noch Lagerhäuser, also so zwei Stück. Hier ist so ein Angelteich, irgendwie sowas. Hier hat er dann noch ein Pferd, heißt Schneeflöckchen. Also, das ist mir auch an dem Datum, wann es geboren war. Und, ja, hier soll vielleicht auch noch so ein Häuschen hin. Das überlegt er sich noch. Ja, so ist das halt. Die Baumfarbe und sowas. Dann haben wir ja hier eine Angelte, die ist sehr gut. Wie man hier so sieht. Ja, und wir sind wieder ein bisschen vorangeschritten. Haben auch schon wieder ein bisschen was gemacht. Das war das Dach fertig geworden. Ein bisschen, dann mal ein bisschen die Brücke. Hinten ist es brutal. Dann ist ein Tammel drum rum und sowas. Auch eine kleine Brücke. Also, so wird es dann laufen. Und, ja, mehr ist noch nicht passiert. Aber, zumindest, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Man kann hier einfach hochgehen. Das wird dann zum Lager dazu. Mit dem Ofen. Jo. Das wollte ich euch schon mal zeigen. Das war's wieder mal von euch. Euer Papagei.